Jungs und Mädels, was geht da ab? Heute möchte ich euch mal zeigen, wie wir bei Brawl Stars ganz einfach Freunde hinzufügen können. Dafür starten wir als allererstes einmal Brawl Stars und dann sehen wir hier rechts an der Seite schon den Punkt Freunde. Da klicken wir dann einfach einmal drauf. Hier sehen wir dann erst einmal eine Liste mit all unseren Freunden. Ihr seht, ich habe gerade tatsächlich noch gar keine Freunde, aber hier könnte ich dann eben mal eine Spieler-ID eingeben und diesem Spieler dann eben eine Freundschaftsanfrage schicken. Der müsste dann nur noch einmal zu dem Punkt Einladung gehen und könnte dann hier meine Freundschaftsanfrage ganz einfach annehmen. Unsere ID sehen wir dann hier oben immer nochmal eingegeben. Das ist eben dieser grüne Text da, sage ich mal. Da sehen wir unsere ID. Sprich, entweder müsst ihr praktisch eurem Freund eure ID geben oder eben andersrum. Ansonsten können wir hier aber auch ganz einfach einen Einladungslink teilen. Den können wir dann beispielsweise unserem Freund per WhatsApp schicken oder wie auch immer. Und dann könnte man sich so ganz einfach auch hinzufügen. Wenn ich euch mit diesem Video also etwas weiterhelfen konnte, dann würde ich mich wirklich sehr über einen Like freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und haut rein!